Wir gefriert heute in die Schokobonks Crispy und Kinder Creamy. Wir starten mit einem leckeren Schokobonks Crispy und ich kenne wirklich niemanden, der die nicht mag. Das Beste ist einfach die Füllung und ich bin so gespannt, was mit ihr passieren wird. Dann machen wir weiter mit dem Kinder Creamy und da es einige nicht wissen, der Löffel befindet sich auf der Rückseite. Dann habe ich alles ausgekratzt und die gesamte Masse auf das Blech gelegt. Leute, beim Auslöffeln habe ich so Hunger bekommen, ich musste richtig aufpassen. Das alles kommt jetzt in die Maschine und morgen sehen wir das Ergebnis.